Reise 7, 1. Platz Pia Böwes, 2. Platz Marlena Magen, 3. Platz Lennart Spalford, 4. Platz Malte Gehrmann, 5. Platz Sarah Bökel, 6. Platz Ben Ademann, 7. Platz Nina Emre und 8. Platz Verremann. Begibt es ja N Dani, 3. Platz 4, Platz 5, Platz 6, Platz 7, Platz 8, Platz 11, Platz 12, Platz 6, Platz 16, Platz 13, Platz 18. Vielleicht kann uns auch der zertifizierte Fitnesstrainer jetzt gleich sagen, ob das in den Stirland-Commandos ist. Das ist stressfreies Krammeln, so wie gesagt. Das soll gar nichts drauf. Ich habe mir einen Stuhl an. Ich habe den Krammeln. Ich habe den Krammeln. Ich habe den Krammeln. Ich gehe mal. Ich gehe mal. H. 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 Die lang Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. H. Lch. H. Hünnen. B. Krammeln. H. H. H- Hupen. H. 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 S. H. H. Vielen Dank.